Leute, was geht ab? Ich bin gerade hier live im Stream auf Twitch, folgt mir gerne rein. Wir machen heute wieder ein Fortnite-Video und zwar gibt es einige Änderungen, ich zeige euch das mal. Ach ja, für Fortnite, wichtig. Für Fortnite! So, was haben wir heute hier? Baut Tilted Towers wieder auf. Okay. Oha! Pizza Hut, oder was? Äh, Pizza Hut, äh, Pizza Hut! Es ist Zeit, Tilted Towers wieder aufzubauen. Komm jetzt ins Spiel, gebt eure Barren aus. Okay, okay, Pizza Hut, Leute, feier ich. Komm, wir gehen jetzt einfach mal rein ins Spiel und gucken, was uns erwartet. Übrigens hier mein Skin. Ja, komm, Leute, eigentlich lande ich immer hier bei der Tankstelle, aber ja, heute traue ich mich mal. Habe ich schon mitbekommen? Könntest du auch wenn dazwischen zu reden, Dankeschön. Ich habe es verstanden, Dankeschön. So, und zwar lande ich heute mal hier, habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Hier ist natürlich sehr viel los, Leute. Und, ja gut, das hat sich schon erledigt, wie ich sehe. Landet hier jemand, ich hoffe nicht. Ich bin nicht so gut in Fortnite, Bro. So, wo sind die Gegners? Hier oben ist einer. Kommt jetzt einer hier rein? Ich bin der allerbeste Fortnite-Spieler. So, Freunde, auf jeden Fall sollte ein neuer Pumpkan hier sein. Boah, hier ist einiges los, ne? Bleib stehen. Jawohl. Ich nehme euch beide Hops. Ah, mein Aim ist auch wirklich eine Vollkatastrophe heute. Ohne Biggie fühle ich mich... Jawohl. Biggie, Biggie, Biggie. Oh, hallo. Bin ich hier alleine? Oh, da ist jemand. Alter. Jawohl, der hat noch gezündet. Jawohl. Du kannst mir nicht entkommen. Oh, aua. Nein, jetzt habe ich die Waffe fallen lassen. Hier, nimm das. Ey, Leute, ich habe mein Kampfschirmgewehr fallen gelassen. Das merke ich jetzt erst gerade. Äh, ja, das war mega dumm von mir. Okay, Leute, wir haben das Gebiet eingenommen, ne? Oha, was ist denn hier? Alter. Richtig geiles Filmset. Ey, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Oh, Bro, hier sind mir zu viele gerade. Aber die Zone ist mir gerade wichtiger. Komme ich hier hoch? Nein. Flucht vor der Zone. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, wir sind safe. Jetzt mal ein bisschen klarkommen. Ist hier jemand? Hello there. Let's go. Boah, ich liebe die Waffe. Übrigens, Schweini, was geht? Juhu. Ich bin wieder ein Cowboy, Leute. Juhu. Da ist schon jemand. Was war das denn? Nope. Nein. Bro, what the f***? Ey. Boah, die ist auf Distanz. Jawohl. Hallo, Oskar. Ich muss die Serie mal sehen, Moon Knight. Aber ey, bis jetzt geile Runde, Leute. Ehrlich. Seid ehrlich? Nö. Oh, jetzt kommt die Zone auch noch, Bro. Oh, Mann. Oh, nein. Oh, lösch dich einfach. Könnte ich mich bitte löschen? Geht das? Nö. Egal, egal. Wir schaffen es noch. Los, 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 los. Ja, laden muss ich auch noch. Perfekt. Ein Lama. Ehre. Ja, könntest du aufhören? Könntest du aufhören? Oh, Gott sei Dank. So, wer will jetzt Streit? Nein. Mann. Wisst ihr was? Wir fangen jetzt mal ein bisschen ruhiger an. Wie sieht die denn aus überhaupt? Ah, da ist sie. Erst Schuss-Schrotflinte. So eine Mischung aus Blastergewehr und Pumpgun, ne? Aber auch witzig, Leute, ne? Ich lande an meinem Lieblingsspot und hab wieder direkt die Waffe. Kein Gegner hier. Sehr ruhig, ne? Oh, die Kiste. Die Kiste, Mann. So, was hast du für mich? Ey, komm runter, du Sau. Oh, jetzt. So, wehe, da ist jetzt nichts Krasses drin. Oh. Dies wird, würde ich mal behaupten. So, wer will einen Header? Header zum Mitnehmen, zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Oh, der Herr will einen Header. Okay, der kriegt ihn. Einen Header hätte ich anzubieten, kostenlos. Er ist weggelaufen, weil er gesehen hat, dass ich eine goldene Schnaiperino hab, ne? Oh, Lama. Da bist du, Lama. Lauf nicht weg. Nein, 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 nein. Du läufst nicht weg. Du läufst weg. Ich messer dich. Hier, kack mal was Geiles aus. Oh, die Sauen, ne? Oh, jawohl, ein Biggie. Noch ein Biggie. Dankeschön. Noch ein Biggie. Jawohl. Bester Mann. Hättest du noch eine Waffe? Oh, gleich, gleich rastet er aus. Gleich rastet er aus. Ach, komm, du bist doch ein A**loch. Du musst anschießen. Ja, manchmal kackt er geile Dinge aus. Ich wollte das sehen. Ich fühle das. Lama hat dich lang nicht mehr gesehen. Ich wollte jetzt auch nicht Munition verschwenden, ne? Ist immer so ein... Ja, lauf weg! Lauf weg! Ha! Juhu! Ich bin der allerbeste Fortnite-Spieler nach Ninja und Tiffio. So ein Ding ist das. Genau. Let's go. Jetzt konnte ich meine... Oh, was hat er jetzt? Oh, hallo. Dich tauschen wir doch aus, Baby. Oh, die Zone, ne? Scheiße. So, 100 Puls jetzt hier einer. Da oben ist eine Kiste, auch wild. Oh, da war ein Wolf. Wurde mir angezeigt. Oh, das ist gut. Nebel fühle ich auch, ne? Leute. Nebel, seid ehrlich. Schokolade? Oh nein, die Zone. Jawohl! Lasst mich in Ruhe. Schokolade? Der will Streit, ne? Oh! Jawohl! Leute, wichtig! Fürs Selbstbewusstsein. Kurz mal Haarspray ins Gesicht. Gut, dass man dabei laufen kann. Okay, das war gerade wild. Gut gelasert, Digga. Nennt mich ab heute, ja, Tiffios Cousin. Ich hab nicht mal die besten Waffen, Leute. Ich konnte immer noch nicht meine Sniper... Äh, meine... meine neue Pumpgun testen, Digga. Aber die Waffe hat mich gerettet. Ey, der eine hat mich so weggelasert. Habt ihr das gesehen? Leute, der hatte auch das Kampfsturmgewehr, ne? Wo sind die Gegners? Hier ist 100 pro jemand. Oh, Mist. Nahkampf. Ich seh nix. Hier ist gar keiner. Hä? Warum ist hier keiner, Leute? Von oben kommt gleich jemand. Okay, hier könnte einer kommen. Boah, schon sehr open field. Oh, da ist Schweini. Bester Mann. Guck mal, wie gelassen... Ey, guck mal, wie gelassen Schweini da lang geht. Wie eine Patrouille auf Soldat angelehnt. Wo ist er? Leider nicht getroffen. Da ist einer. Nein. Jawoll. Ist zwar nicht für Fernkampf, aber egal. Du kleiner W***er. Ja, mein Gott. Ich hab den Sieg noch geholt. Ich wusste gar nicht, dass ich... Hä? Juhu. Zu mir. Mario. Mario? Jawoll, Digga. Ich wusste gar nicht, dass das der Letzte war. Das ist der Fehler. Jawoll, Digga. Jetzt gibt's den Moonwalk. Das Kampfsturmgewehr ist die beste Waffe. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und Abonnement da. Wenn ihr auch das Kampfsturm... In das Kampfsturmgewehr. Hab ich beliebt. Leute, macht's gut. Peace. Easy going wild. Rap mein Auto einfach selbst. Auf dem YouTube Beat. Copyright free. I'm out.